also zehn stück ich habe immer zweistellig aber na ja trotzdem nur auf wir wurden wir auch zweistellig getötet ich nicht so oft wie du in beiden runden eigentlich nicht nur jetzt 25 ja davor waren es auch keine ahnung wie hier los könnte man helfen putzen dass ich mich nicht die stationen wir müssen es war die zwei woche erster waren sind jetzt schon wieder hier grad voll aktiv dabei Yes! So, wo sind sie jetzt? Oh, hier. Oh, ich hab einen. Naja, es war nur ein Assist, klar. Was? Oh, ich hab einen getötet, nur durch die Granate. Das müssen wir nicht mehr sein. Ich hab jetzt auch nicht mehr weggerollt. Ich hab jetzt mit der Granate 5-6, dann nimm ich die Granate. Die Rebellen kontrollieren die Ablinkstation. Wir müssen sie deaktivieren, sonst nehmen uns ihre Y-Wing-Bombe auffordern. Der ist weg. Ja, ich hab den scheiße Assist wird gekriegt. Den mit der Granate angehittet habe und getötet habe. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. In der Region hier sind Rebellen. Oh, nein. Nein! Ich hab den fast... Ich hab das scheiß Ding fast deaktiviert gehabt. Das hat nur so ein mittel-schildiges... Krieg's gefehlt oder krieg ich einen Trau... Äh, tötet mich einer. Schon komisch, dass hässlich ist, cooles Ding. Ich hab keine Ahnung, was es war. Aber es hat mich auf jeden Fall irgendwas getötet. Und das kommt gerade... Das war gerade echt... Ich glaub, dass das Ding fast deaktiviert gab und den... Tupf euch tot. Es ist gerade sehr... Der frustrierend. Mhm. Wir müssen diese Uplink-Station deaktivieren, um ihre Bomber zu stoppen. Ein Kill, ey. Oh nein! Und warum hab ich schon wieder keine Granate geworben? Wir schützen unseren Kampfläufer! Einen hab ich zumindest mal erledigt. Ich glaub zumindest... Das gibt's nicht. Das gibt's nicht! 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 Ich krieg grad Lust drauf, ey! Die Schilder des Kampfläufer sind ausgefallen! Verteil dich diesen! Ja, jetzt sind wir noch das Symbol weg! Die beschädigten Schilder sind fast repariert! Lass nicht zu, dass die Rebellen Oberarzt gewinnen! Ich hab nicht absichtlich! Aber der Macher was drauf ist! Ja, bin ich ja jetzt auch! Nee, aber du, nix für den Fall, ey! Ja, super! Wir wählen ab links geortet! Ihr wisst, was ihr zu tun habt! Ich bin gerade dabei! Ja, weil ich jetzt hier die ganze Zeit keine Sau und werde einfach von hinten irgendwo abgeknallt! Hier aber auch kein Feind gerade! Ich hab wahrscheinlich alle hinter dir! Ja, ja! So was! Die Rebellen kontrollieren die Ablinkstation! Wir müssen sie deaktivieren! Ich hab leider nur begrenzten Rahmen! Ja, ich sehe links von mir könnte es fallen so rumlaufen, aber ich hab nur so einen begrenzten Rahmen! Oh, ich bin schon wieder... Ich bin jetzt darf ich wieder raus! Halt los ab! Teile! Rebellen ablink deaktiviert! Ich schuze wieder zu Fuß weiter! Ja, die darfst halt mal... ... ich hab... ... halb im Lügen! Macht euch ein paar Wellen gepackt! ... 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 geholt gibt es nicht ich habe schon viel geht vorher keine ahnung die drei oder hat es auch so gestorben das ist zum Tod oder so. Ich dachte, die Pferdschwunden einfach mal mitgeschossen wollte. Oh. Na komm. Uh. Die Bomber der Rebellen haben unseren Kampfenläufer. Was war jetzt das? Warum konnte ich jetzt nicht schießen? Ja, wo ist das denn? So, das ist... Haltet Sie auf nach eindlichen Einheitsorten. Ach, das steht auch noch hier. Die Rebellen haben den Abweg, ja, ja. Nee, das steht auch noch hier. Vorrücken und abschalten. Ich hab's wieder erwischt. Eigentlich, wie gesagt, ich werde die Tagesziele erledigt haben. Das war jetzt einiges, was ich erwischt habe. Weil du ja nicht was für einen Tagesziele hast. Den Kills mit den Danklaten. Aber die müsste ich eigentlich nie die erledigt haben. Oh ja. Ach, Herr Sievers mit dem komischen grünen Affen da. Ja, wahrscheinlich rennt da in Wirklichkeit außer rum. Oh, das gibt's nicht. Ein Bomber der Rebellen visiert unseren Kampfläufer an. Ähm, ja. Hm? Der war nur Vitalangriff. Aber es war ja Gott sei Dank einer von uns. Wird was rein? Hätte ja sein können. Hilfe. Danke. Da unten. Machst du Blatt. Einen habe ich angehittet. Jetzt habe ich ihn wirklich. Endlich. Der entwickler Junge. Ich habe ja Sievers erledigt. Aber es war leider auch eine Missiske. Die hat sich von meiner Vorwärterkommission noch geholt. Alter. Ah. Ah, schade. Keiner drin. Uh. Uh. Uhuhuhuhu. Ha? Du hast gerade ein bisschen Luft holt. Gerade mal ein bisschen Sicherheit. Alter, hier geht es gerade voll ab. Ich kann hier gar nichts mehr machen. Ich weiß. Ich weiß. Deswegen freut mich ja gerade so. Oh. Ich habe doch nicht Faller gehört. Wer denn sitzt? Nein. Ja. Unter Arbeit bei der Neutralisierung. Ja. Fick dich doch. Das gibt es doch nicht. Mal irgendwo hin, wo ich sie ein bisschen sehen kann in den Punkt. Wenn man ansetzen kann. Das ist halt sehr schwierig. Boah. Boah. Mach uns eine Kampfhandlung. Ich bin überhaupt einer. Alter. Außensprung. Das ist heute irgendwie nicht mein Tag. Ja. 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 Das ist gerade so ein bisschen beruhigt halt hier unten. Ich bin weitergezogen. Ich würde ihn gerne mal ansetzen. Ja. 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 Du bist dann mit. Jaa. Jaaa. Ich muss den Punkt nicht. Ich muss den Punkt nicht. Ich habe immer noch diesen Scheiß angehört, aber nicht eingesetzt, weil ich die Möglichkeit hatte, weggeschossen werde. Feindliche Ablinks auf dem Rasar. Alle Mann für den markierten Punkten vorrücken. Toll, Assist. Ich krieg nur Assist. Unsere Suchdroiden haben Prinzessin Lea geortet. Die ist ganz in eurer Nähe. Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Wir haben ihren Uplink deaktiviert. Das müssen wir ihre Bombe aufhalten. Sie ist auf der Karte die ganze Zeit, aber ich... Komm nicht hin? Komm nicht hin. Jetzt kann ich auch noch voll in so einen Orbital fallen. Ja, okay. Ah, ne. Glück gehabt. Hatten raus. Ist das da? Ja, Simons ein Symbol für... Ach, der ist schon tot. Ich bin links, ne. Boah, meine Fresse. Geht doch. Ein Wildwing hat unseren Kampfläufer als Ziel erfasst. Benetrus. Kein Schlag. Ja, ist klar, Alter. Du hess mich da. Ich schieße mich am bisschen noch mal vom Baum. Ich hab dir noch total gesetzt, ne? Immer noch. Nein, Kampf nicht. Ich hab keine. Wir müssen sie wieder abschalten, um unsere Kampfläufer zu schützen. Ich hab nur noch stehen überlegt. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Schau. Hier wimmelt es von Peinfeld. Zielerfassungssequenz der Rebellen unterbrochen. Operation wie geplant fortsetzen. So, ein Kind oder auf dem Baum und ich seh nicht wo genau. Naja, nix. immer wenn ich oben bin bin ich heruntergeschossen ja das ist das problem ich bin jetzt quasi direkt über die aber bist du ja hinter dir hinter dir da bist du ja ich weiß ja da bin ich tot wenn ich tot bin heißt es dass hinter dir irgendwoher ist ja der halt zu dir zu gegangen sind dann gestorben aber nicht immer meine scheiß schlacht abschalten was gibt es nicht wir müssen diesen abweg abschalten die rebellen brauchen ihn um luftunterstützung anzufordern ich habe den gesetz zwei zwei drei geholfen geschützer liegt es hat was gebracht und abschalten da war ja das ist ja ich habe das schüsse in der tage sind das gibt es nicht nächsten weg ich habe es nicht drei getötet und ein assist drei stück umgezogen aber ich habe es gerade gesehen ja toll ich habe gerade keine chance gehabt bei diesem komischen lager aber schon ist da steht immer ein zweiter dann ziehst du mal wieder keine da stehen wieder fünf neben dir und sei nach diesem fall hau alter das gibt es doch nicht nach über mir war auch noch das gibt es nicht wo kommen die denn alle her immer wieder da habe ich das haben wir gewonnen läuft durch den wald du wirst steht ja neben dir das ist ein bisschen mehr das gute ist wir haben unsere stunde erreicht ja dann würde ich mal sagen gehen raus wollte nur eine stunde machen ja dann machen wir zu länger aber da reiche ich noch meinen floh dafür hast du dich davon fast von zwei stunden wollte ich das wollten wir nicht so schon aufnehmen keine ahnung so hat es jemand das gehört wird jetzt auf jeden fall mal rausgegangen ausladen muss ja und dann gucken wir mal und dann vielleicht kriegt man flohren stopp ja sehr schön alter wie lange das braucht zum beenden ey das ist der hammer ja das weg ist auch gerade ich weiß gar nicht was das so schwer ist einfach aus dem spiel raus zu gehen kannst du eigentlich schon während des dingens hier abmoderieren weil ich bin raus was ah warum habe ich keiner links habe ich meine wo kann ich noch mal meine tagesziele gucken ganz raus mit kreis und dann gehst du auf statistik neun neun kills habe ich erst ich brauche noch einen supi glatt ich hätte den easy gehabt einen einzigen scheiß kill brauche ich noch für eine granate oder sowas ja granate vor allem ja irgendwie schade eine sternkarte granate granat granatchen oder naja ich habe meine auch nicht abgeschlossen also weil die fracht 25 präzisionsgewehrkits und 15 kapseln äh kapseln dann habe ich zumindest alle herausforderungen abgeschlossen ja die herausforderungen kommen ja dann eh wieder neue sobald du die abgeschlossen hast ja klar war die tägliche die hätte ich auch muss ich auch gerne machen ja naja egal so gut trotzdem sind wir jetzt erstmal raus und sehen uns dann beim nächsten mal wieder so hoffentlich so ist es bis dahin tschau 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 tschau